Ja, herzlich willkommen zum Talk am Sonntag mit mir Norbert Giesow. Ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel und mache auf diesem anderen YouTube-Kanal Videos zu verschiedenen Themen. Ja, wir Menschen, wir sind ja alle auf der Suche nach Glück. Nicht umsonst nennt Paul Devis, ein deutscher Buddhist, dass die programmierte Wohlerfahrungssuche in uns, die immer auf der Suche danach ist, unseren Zustand zu verbessern, ein höheres, ein besseres Wohlgefühl zu schaffen. Und es hat leider jetzt in der Geschichte der Menschheit eben diese große Illusion gegeben, dass wir glauben, wir könnten unser Wohlgefühl erhöhen, wenn wir etwas aus der Außenwelt beispielsweise von anderen Menschen bekommen. Und das beruht auf einer ganz großen Illusion, die in unserem und vieler anderer Leben zu großem Leid führt und geführt hat. Denn wenn wir die ganze Sache einmal runterbrechen, was macht eigentlich die Qualität für uns eines gelebten Augenblicks aus? Wir leben und wie messen wir eigentlich, ob wir uns in diesem Moment gut fühlen oder nicht gut fühlen? Oder anders gesagt, die Qualität des erlebten Momentes ist ja hochgradig abhängig davon, wie wir uns fühlen. Also, wenn ich mich innerlich gut fühle, mal unabhängig davon jetzt, wie es dazu gekommen ist, dazu vielleicht später mehr, also ich fühle mich innerlich gut, ja, dann sind doch bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr so wichtig. Wie das Wetter ist, was ich noch zu tun habe, etc., etc., weil ich habe ja ein gutes Gefühl. Ja, und wenn ich mich innerlich nicht gut fühle, auch hier lasse ich mal die Ursachen dafür beiseite, also wenn ich mich innerlich nicht gut fühle, ja, dann kann ich doch tollen Besuch haben, ich kann sogar Ferien haben und die Taschen voller Geld und gesund sein, die Sonne scheint und ich bin vielleicht sogar im Urlaub. Und trotzdem ist es irgendwie mies, miesepetrig, nicht richtig. Irgendwas ist nicht richtig. Ja, daraus folgt doch im Grunde, dass das Hauptqualitätsmerkmal, ob wir unser Leben, unser Leben, was ja immer nur im jetzigen Moment stattfindet, ob wir das gut oder schlecht finden, ist ja letztlich dann eine Frage dessen, wie wir uns fühlen. Ganz eindeutig. Gut, das weiß natürlich auch unser Verstand, unser System, unsere programmierte Wohlerfahrungssuche weiß es natürlich, sucht nur jetzt an den falschen Orten. Nicht? Also wenn ich zu Ostern die Ostereier an Orten suche, wo niemand welche versteckt hat, ja, dann werde ich mit einem leeren Ostereierkorb nach Hause kommen. Ich finde ja inzwischen den deutschen Begriff Gemüt eigentlich sehr schön. Gemüt quasi so als Sammelpunkt aller seelischen und geistigen Vorgänge, so eine Art Sammelbecken. Der Buddha nennt es in Deutsch übersetzt Herz. Aber das Wort Herz ist bei uns ja irgendwie so mehrfach betont. Deswegen finde ich Gemüt ganz gut. Und wenn wir uns vorstellen, wir hätten Gemütsruhe oder wir hätten Gemütsfrieden, Zufriedenheit in unserem Gemüt, wir hätten ein ausgeglichenes, zufriedenes, glückliches Gemüt, ja, dann wäre unser Leben doch schön, egal eigentlich, wie die äußeren Umstände sind, mal von Extremfällen abgesehen. Ja, aber warum haben wir keine Gemütsruhe, kein Gemütsfrieden? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, die wir uns dann, wenn wir eben feststellen, ich bin nicht zufrieden, ich bin unglücklich, ich begehre Dinge, die ich nicht habe, ich möchte anders sein, die Welt soll anders sein, mein Leben soll anders sein, irgendwie, es ist alles nicht richtig, so wie es ist, dann sollten wir im Grunde nicht unsere Aufmerksamkeit nach außen richten, so wie kann ich jetzt das, wovon ich mir Glück und Zufriedenheit verspreche, noch stärker in mein Leben ziehen, sondern wir sollten im Grunde den Blick umwenden und einmal darauf schauen, woran liegt es denn eigentlich, dass ich so Unfrieden in meinem Gemüt verspüre? Und da gibt es natürlich viele, viele Gründe, die auch individuell unterschiedlich sind, aber ein großer Grund ist Stress. Wenn ich im Stress bin, habe ich keinen Gemütsfrieden. Gemütsfrieden ist quasi ja schon die Definition von, zurzeit ist kein Stress, ich darf mich einfach in mir wohlfühlen. Stress kann jetzt von außen oder von innen kommen, damit meine ich nicht, dass irgendetwas zu tun ist, denn, seien wir ganz ehrlich zu uns, es gibt immer was zu tun. Körperlich müssen wir ständig Atem holen, essen und so weiter, für Wärmesorgen, richtigen Klamotten anziehen, unseren Körper reinigen, Entschluss halten und so weiter und so weiter. Und die meisten von uns haben ja auch Aktivität in der Außenwelt, wir müssen arbeiten, wir stehen mit Leuten in Kontakt, etc. All das müssen wir tun, das meine ich nicht. Man kann durchaus eine Menge zu tun haben und trotzdem im Gemütsfrieden sein, weil das, was wir dann in dem Moment tun, bei uns keinen Stress erzeugt, weil wir sind ganz bei dem, was wir tun. Wenn ich ganz bei dem bin, wenn ich beispielsweise einen mittelgroßen Abwasch habe und ich bin ganz bei dem Tun beim Abwasch, ich wasche einfach nur ab, ohne daran zu denken, hoffentlich bin ich bald fertig damit, damit ich irgendwie den Fernseher einschalten kann oder das Licht ist gerade so schön, ich wollte noch rausgehen, aber ich muss ja den Abwasch zu Ende machen oder ja, warum habe ich denn immer noch keine irgendwie Geschirrspülmaschine, aber eine Geschirrspülmaschine erzeugt so viel Strom und eigentlich brauche ich sie auch gar nicht. Da seht ihr schon, dass der meiste Stress, der Stress entsteht ja nicht, weil ich abwaschen muss oder weil ich zur Arbeit gehen muss, der Stress entsteht, weil ich quasi zu der Realität, die ich erlebe, Holzhacken, Wasser holen, Feuer machen, weil ich dazu eben mir im Kopf ganz viel Stress mache, weil ich, wie es auch in der Lehre des Buddha heißt, Dinge absondere, weil ich Meinungen entwickle, weil ich ins diskursive Denken gehe, weil ich, und das ist gelernt, meinen Verstand benutze, um einfache Dinge kompliziert zu machen. Und das mache ich meistens aus Unwissenheit darum. Unser Verstand ist quasi wie ein Computer im Standby, also wie der Computer, auf dem ich jetzt dieses Video aufnehme, der ist im Standby und in dem Moment, wo ich darauf zugreife, fängt der Computer an, alle möglichen Verarbeitungen zu machen, von denen ich sehr wenige nur mitbekomme. Die laufen alle im Hintergrund ab. So ähnlich ist es mit unserem Verstand auch. Unser Verstand ist unglaublich hochgezüchtet worden, dadurch, dass er ja im Gegensatz zu den Tieren unser bestes Werkzeug, unsere beste Waffe auch ist, um zu überleben. Immer achtsam sein, immer auf Gefahren achten, immer alles analysieren, dass mir und meinem wertvollen Körper und meinem wertvollen Leben ja nichts passiert. Und heutzutage haben wir ja viele Dinge ja automatisiert. Also im Westen, in der Zivilisation, brauche ich mir größtenteils keine Gedanken darüber machen, ob ich fließend Wasser habe, ob ich Strom habe, ob ich an Medikamente herankomme, ob ich in Kontakt mit Menschen treten kann, etc., etc. Das heißt, viele Dinge, wo der Verstand sozusagen immer aktiv war, vor allem Nahrung besorgen, für Sicherheit sorgen, die sind jetzt nicht mehr so wichtig. Aber unser Verstand ist sozusagen im Gegensatz zu Neandertaler-Zeit natürlich viel komplexer geworden. Denkt mal daran, als die ersten Taschenrechner oder die ersten Computer und Handys auf den Markt kamen und welche technische Stufe wir jetzt erreicht haben. Und so ist unser Verstand auch. Das heißt, er ist immer dabei, irgendwie Dinge zu analysieren, auf Gefahren hinzuweisen, Meinung zu bilden, abzusondern, Probleme zu erzeugen. Und das müssen wir ihm wieder, das müssen wir wieder umprogrammieren. Wir müssen ihn umerziehen, unseren Verstand. Wir müssen aus der Rolle dessen, dass der Verstand uns vorgibt, wie wir unser Leben zu leben haben, herausfinden und den Verstand wieder an die Position setzen, wo er hingehört. Wie ich oft in Beratung sage, hilft mir ja mein Computer sehr viel. Er berechnet mir die Horoskope der Menschen, die ich dann berate. Er lässt mich Videos aufnehmen, ich kann E-Mails schreiben, im Internet zuhören, Texte schreiben und so weiter und so weiter. Das ist ja alles wunderbar, aber mein Computer bestimmt ja nicht, wie ich mich fühle oder wie ich mein Leben zu führen habe. Und genauso sollte es mit dem Verstand auch sein. Das heißt, der Verstand erzeugt Stress. Er macht aus einer einfachen Aufgabe, aus einem bevorstehenden Zahnarztbesuch, aus irgendeiner Sache, macht er ein unglaublich stressiges, gedankenerfülltes, kompliziertes Gebilde, was natürlich dann, weil wir ja sozusagen hin- und hergerissen sind, weil wir aus unserer Mitte gerissen sind, natürlich unseren Gemütsfrieden stört oder sogar zerstört oder ihn unmöglich macht. Deswegen ist der Verstand und das Denken nicht schlecht. Es ist ja sehr sinnvoll. Letztlich nutzen wir ja oder ihr jetzt ja auch, wenn ihr dieses Video schaut, ja auch den Verstand, weil ihr euch selber auf die Schliche kommen wollt und weil ihr sagt, Mensch, manchmal sagt dieser Norbert ganz schlaue Dinge, ich höre mir mal das Video vom Sonntag an und dann richten wir unsere Gedanken ja, wenn wir dabei sind, eben auf unsere inneren Vorgänge und erkennen vielleicht einiges und können vielleicht einiges ändern dadurch und deswegen, das Messer in der Hand eines Mörders ist ein Mordinstrument, das Messer in der Hand eines Chirurgen kann ein Heilwerkzeug sein, das Messer an sich ist neutral und so ist es eigentlich auch unser Geist und unsere Gedanken, es sind nur unsere Gewohnheiten, unsere Prägung und auch unsere Ängste und unsere Begierden, die diesen Verstand eben im Sinne der programmierten Wohlerfahrungssuche eben einsetzen. Das gilt es zu erkennen und es gilt zu erkennen, dass ich in vielen Fällen meines Lebens mir gar keine Meinung bilden muss. Nicht? Es ist so natürlich irgendwie, was weiß ich, die WM in Katar steht an und ich muss eine Meinung dazu haben. Ich muss entweder die Meinung haben, ja, das muss unbedingt boykottiert werden oder ich habe die Meinung, nein, irgendwie, irgendwie, dann hätten sie es gar nicht dorthin irgendwie verlegen sollen. Natürlich gucke ich mir die Spiele an. Nicht? Denkt an andere Themen, die sehr zur Spaltung geführt haben, wie Impfen ja oder nein, Corona ja oder nein, etc., etc. Zu allem muss ich eine Meinung haben. Warum muss ich überhaupt eine Meinung haben? Oder wie kommt es dazu? Es kommt ja dazu, dass ich ja aktiv auf Informationen zugreife, die es dann erfordern oder die es nötig machen oder wo ich glaube oder es passiert meistens automatisch, dass ich eine Meinung dazu bilde. Wenn ich jetzt auf diese Informationen gar nicht erst zugreife, nicht? Also wenn ich beispielsweise jetzt die Berichterstattung in den Medien zu Katar mir gar nicht angucke, ja, dann denke ich gar nicht darüber nach. Es tritt gar nicht in mein Bewusstsein. Ich muss mir gar keine Meinung bilden. Warum muss ich mir überhaupt eine Meinung darüber bilden? Nicht? Sozusagen. Ich muss eine Absicht ausbilden. Ich muss eine Entscheidung für mich fällen. Ich muss sagen, ja, irgendwie Fußball interessiert mich. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Irgendwie, das schaue ich mir an oder schaue ich mir ein bisschen an oder nein, ich finde die ganzen Umstände darum, das entspricht nicht meiner Geisteshaltung. Ich boykottiere das. Fertig. Muss ich jetzt eine Meinung bilden? Muss ich da länger darüber nachdenken? Muss ich mir Stress machen? Muss ich andere Menschen verurteilen oder beglückwünschen zu ihren Entscheidungen? Muss ich mich in Gruppen begeben? und so weiter und so weiter. Muss ich diesen ganzen Prozess aufnehmen? Und so ist es mit vielen, vielen Dingen. Wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich zu uns sind, und das habe ich ja beispielsweise zum Anfang, als es mit Corona losging, habe ich ja ein Video gemacht hier auf diesem Kanal Retreat für alle, so wo ich irgendwie aber am Anfang gleich gesagt habe, ich für meine Person, ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe, ich habe schlichtweg keine Ahnung von Viren und von Corona und Grippeviren und so weiter und so weiter und so weiter. Diese ganzen Dinge, um die wir ja jetzt wissen. Das heißt, alle Informationen, die ich mir geholt habe, hole ich mir aus zweiter Hand, übernehme also Meinungen von anderen. So habe ich mich gleich entschlossen, mir keine Meinung dazu zu bilden. So und in der Folge sind auch Menschen auf mich dann herangetreten, die sich geimpft haben oder nicht geimpft haben, die es so oder so gesehen haben und jeder hatte seine guten Gründe dafür. Aber ich konnte jeden Menschen verstehen, ich konnte mit jedem Menschen ein Mitgefühl sein oder ein Verständnis sein, weil ich mir gar keine Meinung dazu gebildet hatte. Der Buddha sagt irgendwie, es gibt die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, aus denen ist eigentlich alles zusammengebaut. Und wir greifen jetzt diese Elemente auf, wir beschäftigen uns damit, wir identifizieren uns damit, wir personifizieren uns damit, wir erzeugen Meinungen dazu, wir sondern das ab, wir wollen davon mehr oder weniger haben. Und das ist schon auf der grundlegenden Ebene so, beispielsweise Element Feuer, ich möchte es gerne wärmer haben, Element Erde, ich möchte vielleicht mehr Geld haben oder weniger Körperspeck, Element Luft, ich hätte gerne mehr Kommunikation oder ich hätte weniger Kommunikation, Element Wasser, ich hätte gerne tiefere, bessere Gefühle. Und so können wir es bis in alle feinsten Verästelungen immer hineinbegeben. Das bedeutet sozusagen, wir brauchen eine Art Sensor, wir müssen eine Art Bauchgefühl entwickeln, eine Art Sensor für unseren Gemütszustand. Das ist das Alleentscheidende, wenn wir mittel- und langfristig und gegenwärtig in unserem Leben zufriedener und glücklicher sein wollen. Wir brauchen einen Sensor, der uns sozusagen, ohne Meinung zu entwickeln, mitteilt, wie steht es denn aktuell um meinen Gemütszustand. So wie, wenn wir einen Thermometer im Zimmer haben und dieses Thermometer zeigt dann an, Zimmertemperatur, keine Ahnung, 18 Grad. Da ist keine Meinung mit verbunden. Es ist einfach 18 Grad Temperatur in diesem Zimmer. Die Meinung bilde ich mir dazu. Oh, das ist aber viel zu kalt, ich muss die Heizung aufdrehen oder es kostet wieder viel Geld. Nein, oder ich friere so ein bisschen, ach, vielleicht reichen auch 17 Grad. Da geht es schon wieder los mit der Meinungsbildung. Wenn wir wissen, der Sensor in meinem Gemüt, in meiner Gemütsverfassung, zeigt beispielsweise 18 Grad, 19 Grad, 20 Grad. jeder muss es für sich herausfinden, zeigt an Gemütswärme, dann weiß ich Bescheid. Und wenn ich merke, ah, mein Gemütsfrieden, mein Gemütsfriedenzustand ist gestört, ich spüre Unfrieden in mir, ich habe keinen Gemütsfrieden, dann sollten wir nicht sofort losrennen und eng etwas tun, um uns abzulenken, es zu verdrängen, mehr Wohlgefühl, unser Leben zu holen, uns was kaufen, Leute zu treffen, Drogen zu nehmen, Fernsehen zu sehen, zu essen, sondern wir sollten erst mal, das muss ja nicht lange sein, wir sollten erst mal schauen, ob wir wissen oder herausfinden können, was denn unseren Gemütsfrieden gestört hat. Die normale Reaktion wird immer sein, dass wir diese Störung im Außen verorten. Na, ah, ich habe die Sendung gesehen, und es ist ja so grausam, was zwischen Russland und Ukraine passiert oder ich habe eine Sendung gesehen, dass jetzt ganz viele Kinder wieder verhungern und die Umwelt und so weiter und so weiter, dann wissen wir schon, ich habe von außen Informationen reingehört, die meinen Gemütsfrieden gestört haben. So. Oft ist es aber aus dem Inneren auch heraus. Das sind eben oftmals Prägungen, Programmierungen, Programme in uns, die irgendwie, durch die wir gelernt haben, ich darf nur dann mit mir zufrieden sein, wenn ich eine bestimmte Leistung erbracht habe. So dürfte dann beispielsweise auch ein Apfelbaum im Winter, müsste die ganze Zeit irgendwie unzufrieden im Stress mit sich sein, weil er ja keine Äpfel produziert. Es gibt halt unterschiedliche Zeiten, wo Unterschiedliches an uns herangetragen wird. Und es gilt eben, diese Dinge als Programme zu erkennen. Ist es denn wirklich objektiv wahr, dass ich nur dann zufrieden sein darf, wenn ich etwas geleistet habe? Und was heißt denn überhaupt, etwas zu leisten? Oder der Glaube, ich kann nur dann eine innere Zufriedenheit finden, wenn ich nicht mehr allein bin. Die Erfahrung vieler spiritueller Menschen und vieler Menschen auch in der Corona-Zeit, von denen ich persönlich erfahren habe, und es trifft auch für mich eigentlich zu, ist, dass es oftmals einfacher für mich ist, eine Gemütszufriedenheit, eine innere Zufriedenheit alleine mit mir zu finden, weil ich mich dann nicht auch noch mit den Wünschen und Begierden und Meinungen anderer Menschen auseinandersetzen muss. In Kontakt mit anderen wird es oftmals sehr viel schwieriger, diesen inneren Frieden zu bewahren, was natürlich nicht im Umkehrschluss heißen soll, dass wir keine Kontakte, Beziehungen, Ehen oder Partnerschaften leben sollen. Wir sollen uns nur über diese Dinge bewusst werden und eine gewisse innere Klarheit dazu entwickeln. Das ist also auch ein Programm, dass ich glaube, ich kann alleine nicht wirklich zufrieden sein, nur in einer Zweierbeziehung oder so. Oder was auch ein weit verbreiteter Glaube in Deutschland zum Beispiel ist, ist in Dunkeldeutschland, ein schrecklicher Begriff, also dann, wenn Herbst und Winter kommt und es öfter dunkel ist, ja, wenn es so dunkel und kalt ist, ja, dann kann man ja nicht zufrieden sein. Oder wir arbeiten noch etwas hin, beispielsweise auf Weihnachten, und wir können es dann zufrieden sein, wenn alles fertig ist. Ja, aber wenn alles fertig ist, ist ja Weihnachten schon wieder vorbei. Dann sind die Geschenke besorgt, es ist alles geschmückt, wir haben das Essen fertig, dann isst man das Essen und packt die Geschenke aus und ist Weihnachten schon wieder vorbei. Das ist immer dieses Wenn-Dann. Ich kann natürlich nicht zufrieden sein in der Zukunft. Das ist dieser Irrglaube des Verstandes, dass er sagt, ja, jetzt bist du unzufrieden, aber wenn wir das und das machen und unternehmen, dann wirst du in der Zukunft zufrieden sein. Etwas, was der Verstand absolut nicht wissen kann. Er kann nicht in die Zukunft gucken, er kann nur aufgrund bisher erhobener Daten, kann er das sozusagen in die Zukunft hochrechnen und sagen, ja, bis jetzt waren wir doch immer sehr zufrieden, wenn wir abends irgendwie mit einer Buddel Bier und einer Tüte Chips irgendwie uns die neuesten Pilcher-Filme im ZDF angesehen haben. Das wird doch heute Abend auch wieder so sein. Also arbeiten wir schnell darauf hin, dass es Abend ist und wir irgendwie vorm Fernseher sitzen. Nicht? Oder eben andere Dinge. Das war jetzt extra ein bisschen platt gewählt. Nein, Zufriedenheit kann nur im jetzigen Moment stattfinden und deswegen muss immer wieder der Blick nach innen auf unseren Mützustand kommen, der Sensor, indem wir schauen, gut, wenn alles okay ist und wir sind grundsätzlich einigermaßen zufrieden, ja, dann gleiten und sliden wir durch den Tag, dann sind wir in einer Art von Flow, alles super, dann brauchen wir uns vielleicht auch so ein Video nicht ansehen, es sei denn, wir wollen überprüfen, wo wir eigentlich wirklich stehen. Wenn die aber nicht so ist und wir merken, es fällt mir sehr schwer, über längere Zeiten einen ausgeglichenen, friedlichen Zustand in mir zu erreichen, dann sollten wir nachschauen. Und oftmals finden wir die Dinge, oftmals finden wir den Stressbereich oder den Bereich, wo wir Meinung gebildet haben, wo wir abgesondert haben, wo wir viele Gedanken entwickelt haben, wo wir uns selber Stress gemacht haben. Nicht? Was weiß ich, wenn ich nächste Woche, keine Ahnung, irgendwas reparieren muss, was ich aber erst nächste Woche reparieren kann, weil der Baumarkt, wo ich die Teile zum reparieren holen will, am Sonntag nicht auf hat, ja, dann dürfte, müsste das auch nicht am Sonntag stören. Aber wenn ich am Sonntag schon ständig drüber nachdenke, oh, ich muss das ja nächste Woche reparieren und ich muss im Baumarkt, dann mache ich mir wieder durch die Zukunftsbezogenheit selber Stress. Dann sollte ich sozusagen den Sensor gucken, merken, ist eine Störung aufgetreten und sagen, ja, ist doch alles in Ordnung, ich fahre Dienstag zum Baumarkt, irgendwie kann mir das ja sogar in den Kalender eintragen und dann kann ich es abhaken. Und dann muss ich nicht weiter drüber nachdenken und mich nicht in einen Gemütsunzufriedenheitszustand hineinbringen. Gut, dieses Thema hat noch viele, viele weitere Implikationen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir immer so unzufrieden sind? Ist es auch ein gesellschaftliches Thema? Et cetera, et cetera. Aber die wichtigsten Punkte habe ich jetzt meiner Meinung nach gesagt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen, die das heute schauen, noch einen schönen Sonntag und alle, die später schauen, eine gute Zeit. Morgen früh wieder das Tageshoroskop auf dem anderen Kanal. Alles Liebe für euch und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 G Da.